Hallo zusammen, wir haben einen neuen Podcast aufgenommen, und zwar die historische Unternehmerinnen und Unternehmer. Und zwar in dieser Folge Gottlieb Dutwiler, er ist der Gründer der Migros und wirklich unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Er hat nicht nur die Migros gegründet, sondern er hat auch eine politische Partei gegründet, er hat das Migros Kulturprozent, er hatte eine spannende Reise im Ausland und hört die im Podcast für eine der wichtigsten Persönlichkeiten, die wir wahrscheinlich in den letzten Jahren in der Schweiz hatten. Vielen Dank.